Hallo zu unserem neuesten Produktvideo. Wir haben eine ganze Menge neue Dinge bekommen von Vision und unter anderem auch die Taschensysteme in einer neuen Farbe. Vorher gab es ja diese relativ knallig grünen Geschichten. Jetzt sind die Taschen in so einer Olivfarbe gekommen mit leicht orangenen Applikationen. Es sieht ein bisschen netter aus insgesamt. Die bekannten Taschen, einmal die Love Handless, die als Bauchtasche getragen wird. Sollte vielleicht schon bekannt sein, können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle ausführlicher zeigen. Dann haben wir das Megabra, das so ein komplettes Westensystem ist. Also wirklich wie eine Weste zu tragen ist mit sehr viel Mesh und dadurch sehr, sehr luftig. Aber halt auch in diesem Oliv mit orangenen Applikationen. Hinten drauf ein recht cooles Vision Logo. Schauen wir mal, dass es hier besser sieht in der kleinen Kamera. Auch ein Teil, das sehr, sehr beliebt ist und bei unseren Kunden gut ankommt. Und dann etwas, was es ja schon auch seit vielen Jahren gibt, nämlich das Mycet Bra. Das ist eigentlich so mein Liebling in der Serie. Das ist ein System, das sich trennen lässt. Also das heißt, ich habe so einen Rucksack und eine Brusttasche. Und ich kann das entweder komplett tragen, sodass ich hinten mein Essen, was zu trinken oder eine dünne Jacke oder so reinstecken kann. Hier habe ich die Möglichkeit sogar einen Kescher direkt reinzuschieben. Oder halt auch mit einem D-Ring den Kescher-Magneten zu befestigen. Und hier vorne sind diverse Taschen, wo ich alles Mögliche reinstecken kann. Von Fliegendosen über meine Floatings, über Vorfächer und was man halt alles so braucht zum Fischen. Alles vorhanden. Das, was ich unwahrscheinlich gut an diesem System finde, ist, dass ich es nicht immer so komplett tragen muss. Ich kann hier über die Verschlüsse das ganze System trennen. Und das eröffnet mir jetzt unendlich neue Möglichkeiten. Zum einen das hintere System ab. Dann kann ich die Rückentasche komplett abnehmen und kann sie, wenn ich nur mit wenig Teckel unterwegs bin, komplett weglassen. Und kann diese Tasche als Brusttasche tragen und hier mit einem Gurt, den ich noch um den Bauch herum machen kann. Aber, was ich auch machen kann, an allen Rischen-Warthosen, habe ich hier vorne zwei D-Ringe. Und ich kann diese Clips hier direkt in die Warthose einhängen. Und brauche somit gar nichts, um den Hals oder um den Nacken zu tragen. Das heißt, ich habe wirklich diese kleine Tasche an meiner Warthose befestigt. Und habe alle meine Sachen, die ich brauche, hier drin. Und das reicht auch wirklich aus für zwei Fliegendosen. Es gibt drei oder vier, je nachdem, wie viele und große Fliegendosen man wirklich braucht. Ich kann alle meine Vorfächer, meine Floatings, ein Messer, ein Maßband, was auch immer ich dabei habe, hier hineinpacken. Es ist wirklich ein ganz tolles Taschensystem, sehr universell. Ich kann alle möglichen Bereiche abdecken. Von längeren Touren, wo ich wirklich was zu essen und zu trinken brauche, bis über meine kurze Abendsession, wo ich einfach nur mal eben zwei Fliegendosen und ein paar Vorfächer brauche. Für mich sehr, sehr universell und absolut empfehlenswert. Und jetzt in den neuen Farben auch ein bisschen netter anzuschauen und sehr stylisch. Produktempfehlung Nummer 1 diese Woche von Marios Fliegenlose. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Schaut unsere anderen Sachen an. Bis dann, euer Mario. Das Video. Das Video.